Oh, dein Drache ist ein bisschen stark. Oh, hier ist mal wieder ein Geist, den ich in die Welt rufen könnte. Der da oben ist garstig. Take it like a drink, and then I'll recover. Yes, I will. So, machen wir mal einen Quicksave. Und holen den hier mal in unsere Welt. Könnt ihr mich verstehen? Zisch. Ah, ein böser Schatten, genau was ich vernichten wollte. Könnt ihr mich verstehen? Ja. Was wollt ihr, Schatten? Das ist eine feste Unterhaltung. Gibt es etwas, bei dem ich helfen kann? Es ist nur eine Zeit für euch zu sterben. Nehmen wir die zwei. Leere, der Raum zwischen den Sternen. Ich verstehe. Ihr seid also eine Kreatur des Nihilismus. So, dass ich diesen Platz auch genieße, ich muss los. Und das bedeutet, ihr müsst sterben. Durch, bevor ich euch befreit habe, würde ich mir vielleicht einen Dienst erweisen. Zum Beispiel könntet ihr vielleicht die Goblins am Ende des Tunnels vernichten? Eure Zeit läuft ab, Schatten. Wie, Kunja, könnt ihr mit dieser Kreatur sprechen? Schatten sind im Nachtsinger heilig. Ich versuche es. Nein, ich werde diese selber töten. Okay, das heißt, den Schatten, der bringt auch nicht viel. Äh, haben wir einen Magiepannen bei irgendjemandem? Ja, ich will. Manus, watch for ancient forms or any scrolls if you must have been lost, Argana. Okay, die Höhle scheint etwas größer zu sein. Hm. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Worum geht es, ihr braucht nur zu fragen? Oh, Bolzen und Pfeile. Noch ein Heiltrank. Was gibt es, ihr braucht nur zu fragen? Au Oh, seit wann heizt sich Safana? Trägt sie irgendwas, was Regeneration gibt? Ah ja, stimmt Hi, Backbeers Ein Teich mit klarem Wasser glitzert in der Dunkelheit der Höhle. Fische gleiten durch das Wasser und schießen mal hierhin, mal dorthin. Also das ist einfach nur ein Teich. Grottenschrat-Häuptling? Habe ich gerade den Häuptling getötet? Ihr töten Klan! Wir töten euch! Wahrscheinlich ihr töten Klan, wir töten euch. Wer hat nicht vorher, den Klan zu schaden? Ich habe nach einem alten Tempel gesucht und ich wurde von ihnen angegriffen. Ihr könnt ja versuchen, mich zu töten, doch ich würde es nicht empfehlen. Ihr klein und dumm, ihr jetzt sterben. Also der Typ da... So... Woom geht es diesmal? Wieder ein paar Heidränke. Oh, ein Morgenstern. Ein Fliegel plus eins. Der bringt jetzt nicht besonders viel. Wie schwer ist denn das Ding? 85. Deswegen ist es gut, dass ich es Minz gegeben habe. Der Marker für den Holtbring ist definitiv falsch gesetzt. Wie kann ich helfen? So, Falle entschärft. Schloss geknackt. Geld und Tränke. Das war die falsche Tranktasche. Egal. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Yes, yes, dear. Hell, I missed. I bleed. Na wo? Okay, Pirscher. Fehler. Fehler. Und das war Viconia. Okay. Wie kann ich helfen? Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Kultist, wer seid ihr? Ach, eigentlich interessiert es mich nicht. Ich bin hier nur weg. Wer seid ihr? Ich bin dem wahrsichtigen Gotttreu ergeben, doch ich kann hier nicht länger dienen. Merkwürdige Dinge geschehen. Hier stimmen in der Finsternis. Vor einigen Tagen hat sich auch noch die hohe Priesterin im Ritualraum eingesperrt. Gut, ich werde vorsichtig sein, lebt wohl. Ich kann einen Diener von Zirik nicht passieren lassen. Eure Bosheit hat jetzt sein Ende. Dann weiter. Ich muss gehen. Okay. Das heißt, da geht's zum Baal-Tempel. Müssen wir immer noch warten, bis sie... Wieder bei Verstand ist. Wir haben keine Heilung mehr, was irgendwie unpraktisch ist. Das heißt, da geht's. So. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Watney? Gucken wir mal. Ein Explosionstrank. Noch ein. Noch ein. Noch ein Morgenstern plus eins. Das ist auch zu verkaufen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Worum geht es diesmal? Dann werden wir jetzt erst einmal hier... Quicksave machen und rasten. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? John and the gun. Hörter. Gott ist schreit. Gott ist schreit. Ja, Mann. So. Sie ist immer noch? Schwachsinnig. Äh. Gleich das bannen. Ja, Gott sei Dank. Gut. Dann würde ich sagen, heilen wir auch mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das sollte reichen. Machen wir jetzt mal ein Quick-Safe und gehen in die nächste Ebene noch. Gucken, was uns da erwartet. Okay, das ist groß hier. Der Gestank von Exkrementen und verfaurendem Fleisch wabert aus dieser dunklen Grube. Okay, Kreuzritter-Rekruten. Okay. Hilfe, lass uns hier raus. Hilfe. Wer seid ihr? Ihr scheint in der Kleppe zu stecken. Ihr tragt die Fahnen des Kreuzugs. Ich habe kein Interesse, euch zu helfen. Eigentlich sollte ich euch direkt töten. Wer seid ihr? Gefreiter Kirmen vom Kreuzhof. Wir befinden uns auf einer sehr wichtigen Mission und diese verrückten Kultisten haben uns gefangen genommen. Helft uns. Wie kann ich euch befreien? Ich helfe euch gerne, wenn ihr mir dafür helft, dem Kreuzzug beizutreten. Diese Stacheln am Boden sind darauf ausgelegt, dass sie hinaufschießen und euch aufspießen. Ich muss nur einmal an diesem Hebel ziehen und es gibt drei Kreuzzüge der Wege auf der Welt. Ich werde euren Gefährten sagen, dass die Kultisten euch getötet haben. Mal sind wir nicht so brutal. Ich helfe euch gerne, wenn ihr mir dafür helft, dem Kreuzzug beizutreten. Ich kann das machen. Mein Onkel kam, er kann euch reinbringen. Ich sage dafür, holt mich nur hier raus. Es muss hier irgendwo einen Schlüssel geben. Ich habe eine große Exendame gesehen. Vielleicht hat sie ihn befreit. Wir werden alles tun, was ihr verlangt. Ja. Also, wenn ich die Gebiete... Ah, ich kann hier lang gehen und ich kann durch diese Tür gehen. Und hier ist noch jemand eingesperrt. Aber ja, ich werde jetzt erstmal hier speichern. Das wäre Let's Play 009 jetzt. Speichern. Und dann gibt es jetzt erstmal einen Cut. Bis gleich.